Die Sie gerade sehen, stammen aus Mugello, von wo aus wir in wenigen Minuten live vom sechsten Rennen der MotoGP berichten werden. Vielleicht komme ich auch mit der Strecke nicht so hundertprozentig gerade klar, warum auch immer, ich weiß es nicht, warum haben wir hier Tropfen drauf auf einmal, es war nämlich trocken gerade beim Gwolli noch und hier ist jetzt irgendwas mit Nass anscheinend, okay, wir haben Regenreifen drauf, alles klar, alles klar, Petrucci, oh, okay, in der ersten Startreihe, oh, die Janone mit dem wilden Willy, da stürzt schon wir, Wer war das, Bottista in der Aufwärme runter, oder was, lecker mio, so, letztens war ja mein Teamkollege vorne mit dabei, den habe ich jetzt gar nicht wieder am Radar gehabt, Moment einmal, da ist er mal nicht, wo ist mein Teamkollege, ja, sehr professionell, wo steht er, wo steht er, Mit Rutsche hier auf der 3 mit Chancen aufs Podium, definitiv vor mir steht er da, ja, da vorne ist er ja, ja, nice. Los geht's hier in Mugello, Oh, wieder das wilde Ruckeln hier, vor allem im Regen, da müssen wir ein bisschen bremsen. Ich stehe schon voll drin hier. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Das darf ja nicht wahr sein, das darf ja nicht wahr sein. Da, schaut's, schaut euch das an. Moment. Ja. Ja, ich gehe aber hier im Prinzip. Ich gehe hier so beim 50 Meter auf die Bremse. Ja, ich jetzt auch, ich bin ja schon längst auf der Bremse hier. Trotzdem geht es sich nicht aus, ich verstehe es nicht, Freunde, ich verstehe es nicht. Ich gehe bei Provinz noch einmal. Wieder vor 50, wieder früher. Ich glaube, es stimmt doch nicht. Das kann ja nicht sein, Alter, das kann ja nicht sein. Eieieiei. So, ja, und genau das will ich eben nicht, dass mich da von hinten wieder 17 überholen. Na gut. Okay, kleiner Burnie-Bonus, aber jetzt geht's da hin. Die berühmte Startphase. Ja, das war das, das allererste war ja. Das gibt's ja gar nicht, dass ich da so, ich hab da auch sogar vor 50 gebremst, die anderen auch. Vielleicht waren's, weiß ich, zwei, drei Meter später, aber da kann ich ja nicht so reingehen dann. Das kann ja nicht so spät sein. Ja, unglaublich. Ich hab ja ein paar Action-Szenen gehabt, wenigstens. Passt schon. Aber jetzt das normale Rennen, Freunde. Marquez wieder mal, ja, auch hier. Marquez im Mugello. Mal schauen, wie die Suzuki hier im Regen liegt. Mal ein bisschen reinkommen hier in den Rennrhythmus, vor allem im Nassen. Wo ist mein Teamkolleg? Ah, da hinten ist er aber schon, glaube ich. Hinter Lorenzo ist schon die Wiese. Die Wiese, wie heißt er? Rossini auf jeden Fall. Oh, Lorenzo wieder spät auf der Bremse. Ja, ist klar, Marquez zieht er, will auch gleich mitziehen. Franschlo hat schon abgerissen, da nach vorne. Wir versuchen da mal rein zu gehen. Ja, da gibt er uns eine leichte Miet hinten. Das nützt gleich mal Lorenzo hier. Aufpassen, nicht zu früh aufs Gas. Jetzt geben wir hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Schauen wir mal, ob wir da mitgehen können vorne. Dovi in Führung auf jeden Fall bei seinem Heim Grand Prix. Hat er vielleicht auch bei mir in der Fahrer-WM gewonnen, Dovi? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, so zucke ich glaube ich liegt ganz geil eigentlich. Aber ich habe nicht so das hundertprozentig geile Gefühl hier wie die letzten Rennen. Keine Ahnung an was das liegt. Das ist auch meine Tagesform, ich weiß es nicht. Oh, Rossi vorbei und Dovi vorne. Zwei Italiener feiten um den Sieg beim Heim Grand Prix. Mitrosa hat er schon abgerissen da zur Ducati. Wir können uns da innen durchschleichen im Regen. Ja, das geht. Weiß gar nicht, ob das im Trockenen auch so funktioniert. So, jetzt könnte er mit seiner Honda-Pauer noch einmal rankommen, Petrosa. Ja, vorn ist Petrucci auf der Vier. Ja gut, einen Platz hat er verloren. Dritter war er im Collie. Ist okay, glaube ich, für ihn. Boah, ich müsste aufpassen hier beim Heck. Glück verzeiht, was er zuckt, ich relativ viel hier. Zum Glück. So, also, ich habe ein bisschen das Gefühl hier für Strecke und Witterungsverhältnisse gefunden, würde ich jetzt mal salopp behaupten. Trotzdem fühle ich mich nicht so ganz wohl hier. So, können wir da schon ran schnuppern und am Ende der Geraden vielleicht... Petrucci will ärgern. Nein, geht's ihm nicht aus. Aber vor allem er mit seiner Ducati hier, mit der Bramag. Hat ja auch einen Top-Motor drin. Wird schwieriger, wenn wir nicht die Windschatten sehen. Oh, unser Zug ist jetzt auch nicht so schlecht eigentlich. Aber ich glaube, mit der Ducati kommen wir nicht ganz mit in der Leistung, hundertprozentig. Dann müssen wir immer wieder ein bisschen lupfen, stellenweise, dass wir eben nicht ins Rutschen geraten. So, wie es das doch noch attente? Ja. So, wie es das doch geht? So, wie es das denn? So, ist es so schlecht. So, wie es das denn? So, wie es das denn? So, wie es das denn? So. Ah, das Grolli war wirklich schwer, die haben gute Zeiten gefahren, die Jungs. Können wir da jetzt durchschlucken? Nein, aber wir können ein bisschen am Windschatten nuckeln hier. Ah, das war wieder super gescheit. Am Rad angekommen, da fährt er wieder rüber, oi, oi, oi. Da ist er wieder. Boah, ich hab mir's noch gedacht. Also kriegt er die hinten noch weiter weg, das ist gut, sonst hätten wir da Probleme bekommen, eventuell. Sehe ich da Tobi auf der 3? Oh, 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 oh. Da hat er schon den Anschluss verloren gegen die Yamaha Slider. Das ist schlecht, WM-technisch natürlich. Wenn der Tobi nicht einmal bei seinem starken Rennen gewinnen kann, dann wird's schwierig. So, wir müssen uns auch wieder ein bisschen fangen. So, wir müssen uns auch wieder ein bisschen fangen. So, wir müssen uns auch wieder ein bisschen fangen. So, wir sind mal durchgeschlupft. Da ist schnell mit der Hand, dass wir in die Boxengasse reinziehen. Boah, da kommt er natürlich mit seinem Speed hier. Wo kann er bremsen? Ja, Glück gehabt für uns. Sehr gut, jetzt sind wir vierter. Warum geh ich denn jetzt weit? Warum geh ich denn jetzt weit? Ja, wenn ich wollt, dass der innen rein sticht. Oh, da kommt er doch noch. Ja, aber... ... ... ... ... Oh, fassen. Schade, so wie man beim F1 zum Beispiel so ein bisschen das Mapping umstellen kann, Mager, Fett, normal, das würde vielleicht der ganze Sache auch nochmal gut tun. Wobei, lassen wir es lieber so, weil, wenn das vielleicht bei der K.I.T.A. nicht gut eingestellt ist, lassen wir es lieber so, wie es ist. Aber von der Idee her, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht. Aber das, wenn, vielleicht nicht allzu stark wäre, um das umzustellen, dass man vielleicht nur maximal, wenn man Fett dreht, vielleicht die eine oder andere Zehntel dann schneller ist. Und das kann man dann aber auch nicht zu oft, wenn man ja eh nicht so einen großen Tank hat. Gerade mal für vielleicht ein, zwei Runden. Wäre zumindest interessant. Unsauber ein bisschen Gefahre jetzt von hier von Bernie. So, letzte Runde. Schauen wir mal, dass wir hier P4 nach Hause fahren. Anfangsprobleme gehabt. Ja gut, Regen auch trockenen. Hätte ich mal die Spur mehr ausgerechnet vielleicht. Regen mag ich generell nicht, auch nicht in der Formel 1. Das ist einfach nicht meins. Das ist einfach nicht meins. Da müssen wir einfach das Beste draus machen. Hilft nix. Obwohl ich es hier in der MotoGP noch besser finde, als wenn wir in Formel 1 zumindest da stark regnen. Der leichte geht eigentlich noch. Aber stark regnen wir in Formel 1 ist ja eine Katastrophe, finde ich. Da ist das Feeling irgendwie, ich weiß nicht. Also ich, ich für mich persönlich, ich mag es nicht. Auf den meisten Strecken, ich weiß nicht. Das war ein früherer Teil, bin ich in meinem, irgendwie anders zumindest. Jetzt schwimmt man da zu viel und ich weiß nicht. Das ist irgendwie eigenartig. Das Gefühl. Da ist klar, dass man weniger Grip hat. Das ist schon logisch. Aber ich kann es nicht ganz beschreiben. So, ja, da haben wir P4 nach Hause gefahren. Anfang mussten wir leider einmal zurückspulen. Ich hätte geglaubt. Ja, wir haben eigentlich alle kurz vor 50 Meter da gebremst. Auch ich. Und trotzdem bin ich dann so extrem rasant da reinget... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist egal. Wenn ihr alles vorausseht. Dovi, Baum, Petrucci. Rossini hier auf der 6. Der hat noch ein Petrosa auch vorbei. Lorenzo hat auch überholt. Sensationell 52... What? 52-0. Okay. Lässt die Runde gar nicht einmal so schnell eigentlich. Obwohl Petrosa 51-7. Hm. Komisch. Naja. Gut. Wie auch immer. Wenn ihr alles vorausseht. Wir auf der 3 mit unserer Suzuki. Noch die einzigen... Ja, gut. Wir haben ein bisschen Rückstand. Dann Dovi vorbei. Marquez. Ja, Marquez. Und Dovi... Ja, sag ich mal. Haben den Anschluss schon wieder verloren. Nach tapferer Anfangsphase in beiden Serien bei uns. Marquez ist dann irgendwann über die Länge, über die Strecken, geht ihnen dann punktemäßig, punktemäßig. Leider, leider immer will die Luft aus. Hier wieder ganz schlechte Performance von Marquez. Das... Na ja. Was soll man sagen. Schade einfach nur. Nachbesprechung mit Jeff. Gut. Da muss ich auch schon weiter. Davies von 9 auf 6. Perfekt. Wir von 12 auf 4. Ist ja mal grundsätzlich auch nicht so schlecht. Anthony 18, 18. Ist nicht einmal an den Punkten. Den müssen wir, glaube ich, raushauen. Sonst alle anderen. 3, 3, 2, 2, 2, 2. Perfekt. Das berühmte Transferfenster. Da muss man jetzt was einfallen lassen. Was haben wir gesagt? Das Rot muss ich noch korrigieren am Motorrad. Und erinnert es mich, falls ich noch irgendwas machen wollte. Ah genau, die Honda wollte man uns noch kaufen, oder? Die private, dass wir die mal gleich in der Garage haben. Und die gleich einmal anfangen, vorletzt zu pushen. Jetzt sind wir jetzt ein bisschen hinten, aber gut. Dann sind wir am Anfang der Saison. Brauchen wir dann noch ein paar Updates wahrscheinlich. Aber um groß und ganzem dann... Ja. Das muss ich auf jeden Fall nächstes Mal machen. Ich darf es ja nicht vergessen. Vielleicht kaufe ich mal gleich jetzt die... Die Honda... Kann ich mal die jetzt einfach so kaufen? Yamaha haben wir ja eh in der Garage stehen. Ja genau. Brillier habe ich auch noch keine private. Das wäre in der Manager-Karriere, wenn wir die Honda... Wenn wir da überlegen sein, könnten wir uns auch noch eine private Aprilia kaufen. Das ist auch noch eine Option für uns hier. Ja, ich glaube Kohle haben wir eh genug. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Gar nicht drauf geschaut. Ja, da haben wir es jetzt. Und jetzt werden wir uns überlegen, wie wir die noch designen werden, unsere Honda auch. Aber da haben wir eh noch lange genug Zeit. Aber gerade so im ersten Blick, die schaut ja gar nicht so scheiße aus. Aber gut, da lassen wir uns noch was einfallen. Ja, da gibt es schon ein paar nette Sachen. Ja, auch ok. Könnte da ganz nice ausschauen. Ja, liebe Freunde. Dass ich aber jetzt einmal so einfach bestätigen. Hast du ja überall Crew Level 3. Ja, das passt. Das lassen wir jetzt einmal. Aber wir bleiben eh. Wir können da eh noch einmal reingehen. Nur, dass ich jetzt auf jeden Fall meine Honda einmal gekauft habe. Das ist einmal das Allerwichtigste. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal wieder in der Fahrradkarriere. Jetzt sind wir dann zweimal hier in der Barcelona, Katalunien. Danke fürs Zuschauen noch einmal. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.